LED Skin Therapy – für jedes Hautbedürfnis die richtige Lösung. Erleben Sie die neue Generation der Lichttherapie. Mittels innovativer Technik wird die Haut sanft und effektiv angeregt, sich selbst zu regenerieren. Lehnen Sie sich entspannt zurück und lassen Sie das Licht für Sie arbeiten. Die verschiedenen Einstellungen eignen sich für verschiedenste Hautbedürfnisse. Die rote Bestrahlung zeichnet sich durch ihre energiereiche Wellenlänge aus, welche tief in die Haut eindringt. Durch die Durchblutung anregende Wirkung werden Heilungsprozesse beschleunigt und die Haut wirkt braller, strahlender und jünger. Die blaue Bestrahlung eignet sich vor allem bei gereizter und gestresster Haut. Besonders Acne, Rosacea, Exzeme und Psoriasis können mit der Lichttherapie beruhigt und gemildert werden. Die ultraviolette Wellenlänge hilft den Calcium- und Vitamin-D-Gehalt der Haut zu stärken. Somit wird die Zellerneuerung, das Zellwachstum und der Stoffwechsel angeregt. Die infrarote Bestrahlung hat sich in der Lichttherapie bereits bewährt. Durch die entstehende Wärme wird eine therapeutische Wirkung entfaltet. Muskelverspannungen und Schmerzen können so gelindert werden und wirken wohltuend. Für eine noch effektivere Behandlung empfiehlt sich eine Kombination von roter und infraroter Bestrahlung, welche sich zeitgleich einstellen lässt. So lassen sich die Vorteile beider Wellenlängen vereinen.